So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und heute die XXL Sonderbombom Edition. Verstehe das aber nicht falsch, es gibt ja keine XXL Sonderbomboms, es gibt nur XL Sonderbomboms. Deswegen, hier geht es nicht um XL Sonderbomboms, sondern um Sonderbomboms. Aber in der XXL Edition, weil die Folge einfach so lange geht und so aufwendig ist, obwohl ich nur hier sitze und eigentlich nur vorlese, was ihr gesagt habt, also Clickbait vom Feinsten. Aber es ist ja kein Clickbait, man muss einfach nur richtig lesen und verstehen, um was es geht. Das nur gleich vorweg, weil es bestimmt wieder ein paar Experten gibt. Ich habe letztens das Video hochgeladen. Gewinnspiel. Wohin mit den Sonderbomboms? Da hatten wir 1600 noch was und ich wusste nicht, was ich da mitmachen soll. Jetzt habe ich da ein paar Dinge gezeigt, gemacht, habe gleichzeitig noch ein Gewinnspiel gemacht, noch das Shiny Groudon rausgegeben, weil ich zu viele habe und auch nicht weiß, wohin damit. Ich habe über 200, das waren glaube ich sogar genau 200 Kommentare bekommen und ich wusste nicht, wie ich es umsetzen soll. Ich wollte ein paar abscreenen, zeigen, was die Leute gesagt haben und dann gucken, ob wir das vielleicht umsetzen können. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, wer Bock hat, kriegt ein extra langes Video. Das werde ich schauen, dass ich das vielleicht am Samstag raushau, dass wir Samstag früh NT Rates für Zuschauer machen. Und dann habt ihr ja den ganzen Nachmittag nichts mehr zu tun, also gibt es nachmittags dann noch ein dickes, fettes Video, nämlich genau das hier, damit ihr den ganzen Samstag beschäftigt seid und gucken könnt. Und Sonnag dann Suikun, ne nicht Suikun, Raikou, Rates für Zuschauer. Jetzt aber anfangen, ich habe mir mein Handy hier verbunden, habe es hier hergelegt und ich möchte jetzt wirklich mal die einzelnen Kommentare mir zusammen mit euch anschauen. Wer hat was vorgeschlagen, was ist sinnvoll, was ist Quatsch, was kann man machen und möchte das direkt umsetzen. Michael Feuerstein hat zum Beispiel gesagt, Praktibalk und Mewtwo. Also wer das nicht weiß, die Leute sollten immer drei Angaben machen, wie viele Bon-Boms sie haben, er hat ja geschrieben Null, für was sie die Bon-Boms nutzen würden, wenn sie so viele hätten, Mewtwo und Rai Quasa. Und wir müssen uns auf die dritte Angabe beziehen, was ich mit meinen machen soll. Er schreibt hier Praktibalk und Mewtwo. Hab leider schon ein 98er Meistergriff hochgepusht, bräuchte ich also jetzt keine Sonder-Bom-Boms und wenn, dann würde ich wahrscheinlich einfach vermehrt Praktibalk-Raits machen, um da Bon-Boms zu bekommen, damit ich auch die Champion-Medaille pushen kann und so, aber Sonder-Bom-Boms in Praktibalk finde ich jetzt, finde ich Quatsch, braucht man nicht. Mewtwo, Mewtwo wird immer wieder genannt. Mewtwo, wir können ganz kurz nochmal schauen. Wie viel haben wir denn von Mewtwo? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Mewtwo sind wir aktuell hier bei 333. Ich habe 333 da geparkt, habe aber auch schon etliche gemaxed. 98er, 96er, 89er, 96er. Zwei Kryptos, glaube ich, gemaxed oder ein Krypto, zwei. Mewtwo kommt jetzt aber eh wieder in die Raids. Da könnt ihr ja sowieso Mewtwo raiden, ein gutes bekommen. Bon-Boms zum Hochziehen habe ich auch. XL-Bom-Boms ist für mich immer noch so eine Sache. Aber wenn ich sowieso 100 Mewtwo-Raits mache, kriege ich ja schon wieder 1000 Sonder-Bom-Boms gefühlt. Da brauche ich jetzt die ja da noch nicht reinknallen, sondern erst danach. Und nachträglich kann ich ja dann immer noch, je nachdem, ob ich ein gutes Mewtwo bekomme oder nicht, oder gucken, wie viele XL-Bom-Boms bei Mewtwo gibt es. Also Mewtwo würde ich jetzt auch erstmal weglassen. Ich bin auch kein Freund davon, wenn ich höre, du hast 1600, dann wandel die doch alle um in XL-Bom-Boms, dann hast du 16 XL-Bom-Boms. Und damit kann ich einen einzigen Push machen. Finde ich, ist einfach die heftigste Verschwendung ever. Deswegen, es wird sicherlich irgendwann nochmal Wege geben, einfacher an XL-Bom-Boms zu kommen, von bestimmten Pokémon oder ganz andere Sachen noch. Am Anfang, wenn was neu da ist, beschweren sich eh alle drüber. Also 1600 Bon-Boms umwandeln für Mewtwo, dass ich einen Push machen kann, finde ich generell Quatsch. Wenn, dann würde ich auch nur ein 100%iges maxen. oder halt vielleicht das beste Krypto. So, bring deinen 100er-Legendären eine zweite Attacke bei. Das mache ich zumindest immer. Jetzt haben wir mal hier legendär drin und wir geben mal noch vier Sternchen ein. Ähm, zweite Attacke. Was haben wir denn hier für Zeugs? Hier, lohnt sich das etwa bei Kobalium? Damit macht man ja eh nichts. Hier, Mewtwo. Mewtwo, Rüstungs-Mewtwo. Wäre, glaube ich, nur für die Hyper-Liga interessant, wo man eben eine zweite Attacke draufbasteln könnte, da ich die 100%igen ja aber immer gemaxed habe. Bringen meistens die zweite Attacke nichts mehr? Also gefühlt so, ich weiß nicht. Wenn ihr was krasses habt, dann wahrscheinlich mit einer zweiten Ladeattacke nur für die GBL. Aber meistens will man die legendären 100%igen hochziehen und für Raids benutzen. Und für Raids braucht ihr meistens keine zweite Ladeattacke. Hier wird es im Giratina, Feuerodem, Drachenklaue. Ich habe aber eins mit 2500 für die Hyper-Liga. Das hat zwei Attacken. Es wäre eigentlich für mich jetzt komplett schwachsinnig, wenn ich hier jetzt eine zweite Attacke drauf packe, noch extra. Das setze ich eh so gut wie nie ein. Wäre für mich also Staubverschwendung. Auf der anderen Seite, Ich habe ja 333 Bonbons. Das heißt, selbst wenn ich eine zweite Ladeattacke dazu packen will, kostet das nur 100. Und die 100 habe ich ja. Also brauche ich ja auch keine Sonderbonbons reinstecken, um da eine zweite Ladeattacke draufzubasteln. Ihr versteht mich, ihr wisst, was ich meine. Genau. Auch bei Rayquaza oder so. Wozu zweite Ladeattacke? Erstmal habe ich 600 Bonbons. Ich könnte sogar 6 Ladeattacken noch drauf packen. Also brauche ich keine Sonderbonbons da reinpacken. Und zwei Drachenattacken, genau Rayquaza genommen, Drachenattacken als Drachenangreifer gegen Drachen hin und her. Passt. Was will ich da jetzt noch was anderes? Ich würde ja dann nicht plötzlich mit Antikkraft oder so angreifen, wenn ich Wutanfall habe. Also den Vorschlag kann ich theoretisch leider auch ignorieren. FM-Entwicklung ist der Oberhammer, finde ich. Damit wir mal was sehen. Weil ich weiß, dass das auch später noch öfters mal vorgeschlagen wurde. Gehen wir mal auf FM. Ja. Jetzt habe ich hier ein FM. Das müsste, glaube ich, ein Hunderter sein. Ja, ist ein Hunderter. Dann machen wir mal was Besonderes. Wir packen mal 400. Ne, wir machen es anders. Wir machen erst Power-Ups. Wir gucken mal, wie viele brauchen wir, um das auf Level 40 zu ziehen. 198. Wir machen mal Power-Up bei FM und ziehen es mal auf Level 40. Und jetzt, weil viele sich das gewünscht haben oder viele das cool fanden, gehen wir in den Item-Beutel. Und von den 1500, die wir mittlerweile noch haben, machen wir 400 voll und entwickeln ein FM weiter auf Level 40 mit 100%. Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar weg. Ja, 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 ja. Findet ihr das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Ich weiß es nicht. Irgendwann muss ich eh nochmal eins entwickeln. Ich muss ja ein Lucky entwickeln, ich muss ein männliches entwickeln, ich muss ein weibliches entwickeln. So habe ich jetzt wenigstens das Hunderter entwickelt, was ich eh irgendwann hätte entwickeln müssen für 400. Und falls ich nochmal normal, kann ich ja dann das fehlende weibliche machen, weil ich hier jetzt das männliche habe. Also, 100% Uhafnir, oder wie es heißt, auf Level 40 maximal gepusht. Wir sagen einfach mal maximal, auch wenn es natürlich nicht Level 50 ist. Es gibt theoretisch, wir tun so, als würde es kein Level 50 geben. Uhafnir, 2764 mit Biss und Orkan. Attacken, ich mache meistens eh, ich wechsle keine Attacken. Wir lassen es einfach so, wie es ist mit den Attacken. Sieht doch auf jeden Fall ganz lustig aus, oder? Aber weiter geht's. Lukas, kriege ich ein Herz. Habt ihr zwar Max 2 Geowatz oder ein paar Krypto-Legi? Geowatz? Ja, das ist auch wieder Geowatz. Geowatz. Wenn wir jetzt gucken, Geowatz. Maxe 2 Geowatz. Ich habe hier ein paar Geowatz. Die sind zwar nicht gemaxed, aber ich habe ja 5400 Bonbons. Das heißt, die kann ich maxen. Aber dafür brauche ich ja keine Sonder-Bonbons. So, soviel dazu. Ein paar Krypto-Legis. Zoom wir mal kurz danach. Ihr seht, ich bin heftig überfordert. Hier mit dem ganzen Zeug. Wir müssen also auf, legendär und auf, ne, mehr anzeigen, dass wir hier auch das Krypto haben. Krypto-Legendäre. Maxe ein paar Krypto-Legendäre. Jutu ist gemaxed. Das ist auch gemaxed. Das ist nicht gemaxed. Aber, Zapdos ist doch angeblich jetzt wieder in den unteren Ligen der GBL nützlicher, als wenn ich es komplett maxe, oder? Oder verstehe ich da wieder was falsch? Ansonsten, wie gut ist das denn? Es ist auch sehr schlecht, trotzdem. Ähm, beim maxen, wie viel würde das jetzt kosten? Okay, wir haben auf 3429. Wäre eine Option, 342 Bonbons, wären 41 Bonbons, die man noch dazu braucht. Das gleiche haben wir dann aber auch hier beim Lavados, obwohl ich ja schon 100% Lavados gemaxed habe. Bei Arctos. Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Viele nutzen die halt, die Legendären, die Krypto-Legendären für die GBL, aber halt nicht in der Meister-Liga. Also komplett pushen aufs Maximum wäre dann eigentlich kompletter Quatsch. Und komplette Bonbon und Staubverschwendung. Gibt es irgendeins, was sinnvoller wäre? Raiku, glaube ich auch nicht, dass... Raiku, vor allem Raiku. Raiku, Entei, jetzt hier Raiku. Raiku. Sie kommen ja schon wieder, Lavados. Sie hat das nach WP sortiert, genau. So, Ikonen. Das lassen wir uns mal noch offen. Ihr könnt ja mal ganz kritisch unter dieses Video schreiben, ob es wirklich sinnvoll ist, jedes legendäre Krypto zu maxen oder nur bestimmte und andere Low-Level lassen, eben für bestimmte Ligen. Das wäre noch ganz interessant. Bei mir soll ich hier nur ein Raiku drinstehen. Ein Raiku, ein Seikun. Okay. Ich dachte, ich habe beim Raiku schon mal was gemacht. Ne, das war Elevoltec. Ist auch gelb, deswegen. Was haben wir denn noch? Ich würde noch mehr die Yalga maxen, weil ich die Yalga geil finde. Die Yalga, da habe ich wie gesagt auch eins gemax, ist aber ein 98er. Wir haben hier noch ein 96er. 96er mit 15, 13, 15. Könnte ich ein Power-Up machen, aber die Yalga kommt ja auch wieder. Die Yalga kommt wieder und dann werde ich da eh voll reinsuchten, weil ich denke, wenn es jetzt wiederkommen würde, würde es auch als Shiny released werden. Man kann dann also das Shiny jagen und das 100er gleichzeitig. Und beim Jagen kriegst du ja wieder ganz viele Sonderbonbons und vielleicht Bonbons für das Pokémon, wenn du nicht gerade fließt. Da brauche ich jetzt nicht vorher schon 300 drauf parken, wenn es dann eh wiederkommt. Aber das haben wir auch bei vielen anderen. Was haben wir denn noch so? Meltan, 400. Melmetal entwickeln. So, okay. Melmetal, 100% habe ich entwickelt, hochgezogen. Ich würde alle für meinen Shiny Glattalban geben. Was ist das? Wenn ihr wisst, was ein Glattalban ist, schreibt es mir rein. Was ist XL? Tja. Habe gar keine Bonbons. Alles in ein 100er Krypto Lavita investiert. Hm, okay. Ja, wir dürfen nur auf die Vorschläge eingehen, die ich machen soll. Hier, Oli sagt Kyogre. Ich soll meine XL, also meine Sonderbonbons meine ich, in Kyogre investieren. Kyogre haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Vier Stück gemaxed. Haben trotzdem noch 580 Bonbons übrig. Bräuchten wir also jetzt erstmal keine XL Bonbons draufhauen, ja? Ach XL, keine Sonderbonbons. Dieses Scheiß-Vibrieren im Hintergrund stört immerzu, immerzu bewegt er sich ein Millimeter, dann taucht ein Pokémon auf, weil es dann im Radius sitzt, dann bewegt er sich wieder ein Millimeter, dann geht es wieder weg und immerzu vibriert das. Wir können aber mal kurz gucken, ob hier eine Kuh sitzt. Ja, 753 ist also Quatsch. Jetzt lasst mich mal kurz hier schauen, was da schon wieder los ist. Also Kyogre wäre auch Quatsch, in dem Sinne. Kyogre ist ja, sind genügend da, sind auch noch Bonbons drin. Löschen. In Pokémon stecken, die du pushen willst. Okay. Würde ich alle Pokémon entwickeln? Mit? Ach so. Einfach nur Pokémon entwickeln. Gut, das war schon die ganze Antwort. Ich finde, du solltest deine Sonderbonbons für C-Krom ausgeben, da er der Beste ist. Aber C-Krom? C-Krom haben wir ja auch schon, ein Hunderter. C-Krom haben wir ein Hunderter, haben es komplett gemaxed, haben auch noch was übrig. Ihr seht, da geht es auch nicht weiter. Die Leute fragen sich wieder, warum ist da Feuer ohne Stromstoß drauf? Und C-Krom kommt ja auch nochmal wieder als Shiny und wird dann gesuchtet. Also brauche ich jetzt nichts reinstecken. Solltest aufsparen auf neue Legi Hundos. Das ist ja, ich will die ja loswerden, weil ich keinen Platz habe, ja? 1600 Bonbons nehmen halt Platz im Inventar weg und jetzt spar die dir auf. Aber mit jedem Tag kommen ja mehr Bonbons wieder dazu. Durch die Raids, durch Raid Mania, die Raid Stunde. Ich kann das gar nicht so lange aufsparen und bis jetzt ist auch nichts Neues angekündigt. Du solltest einfach alles in Mewtwo packen. Ja, wie gesagt, sagen viele, aber ich habe ja schon meine Meinung dazu gesagt. Selbst wenn ich jetzt 1600 umwandele, habe ich nur 16 XL Bonbons. Und das ist meiner Meinung nach eine extrem heftige Verschwendung. Ein Kaumalad oder Capuno. Kaumalad. Habe ich aber auch schon ein Hunderter Knackrack gemaxed, ein Hunderter Trigefallo gemaxed. Außerdem haben die auch noch normale Bonbons da rumfliegen. Die Yalga, Rake, Joke, Groudon, Togekiss. Also gut, das waren seine Vorschläge, aber auch bei denen habe ich überall schon was gemaxed. Und habe noch Bonbons rumliegen. Liebe, okay. Pupsi hat mich wieder hier getriggert. Deine Probleme will man haben. Jetzt muss ich nochmal reingucken. Okay, war auch nichts. Immer wenn ich da drauf drücke, geh das weg. Warte auf neue, seltene, shiny Hunderter. Also nie ausgeben wahrscheinlich. Ich würde alle Sonderbonbons immer in Shundo Kyoko stecken. Vor allem erstens, ich würde 1600 Sonderbonbons in FM stecken. Das ist ja vor allem die komplett falsche Reihenfolge. Warum steckt man aber bitte 1600 Sonderbonbons in FM? Ich meine, wenn du 400 draufpackst zum Entwickeln, okay. Wenn du noch ein paar mehr draufpackst zum Hochziehen, okay. Aber 1600? Nix. Er wartet auf das Herz ja. Ja, hat er schon bekommen. An deiner Stelle würde ich es für Dialga ausgeben. Wie gesagt, das 96er, klar, könnte ich maxen. Aber Dialga kommt eh wieder. Ich möchte warten, bis das wiederkommt und vielleicht dann noch ein 100er oder ein 98er maxen. Und ein gutes Shiny oder so. Und dann kriegst du ja auch wieder Bonbons. Wenn ich du wäre, würde ich einfach warten, bis du irgendwann mindestens IV90 Krypto Mewtwo hast. Oder falls du es schon hast, würde ich das einfach verbessern. Aber die zwei Krypto Mewtwo habe ich ja auch schon hochgezogen. 100 legendäres Groudon Mewtwo. Ja, Groudon, wir können auch direkt speziell nochmal reingucken. Groudon seht ihr ja trotzdem hier das 100er. Es ist ja gemaxed. In dem Sinne. Also auf Level 40. Und ich habe immer noch 765 Groudon Bonbons. Ich könnte also nochmal mindestens 2 Groudon. 200er Groudon maxen. Ist also auch keine Option. Ein bisschen Mewtwo. Ja, wieder mal Mewtwo. An deiner Stelle würde ich die Sonderbonbons in Mewtwo reinstecken. Mew und andere Mysteriöse. Jetzt, jetzt kommt's. Wir gucken mal auf die Mysteriösen. Ist das wieder hier. Mehr anzeigen. Geht nicht. Kaputt. Mysteriös. Das oben nehmen wir mal weg. Nur Mysteriöse. Darkrai. Haben wir gemaxed. Brauche ich jetzt eigentlich nichts ansparen. Mysteriös. Melmetal. Habt ihr hier. Habt ihr gemaxed. Könnte man jetzt sogar einen Push auf Level 40,5 machen. Aber da will ich natürlich noch warten. Genesect. Genesect maxen. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall richtig schlecht. Hä? Ist das wirklich so ein schlechtes als das Beste? Ja, egal. Dann haben wir hier das andere Genesect. Guck mal kurz da rein. Ein 98er Genesect. Okay, ein normales. Könnte man ja aber auch pushen hier. Man hat ja eigentlich alles, um das hochzuziehen. 248 Bonbons. Kommt's auf 3.345. Brauche ich also keine Sonderbonbons reinstecken. Ansonsten die Oxys. Ein 98er. Aber leider mit 14.14 noch was. Die Oxys Bonbons. Hm. Hier könnte man vielleicht welche parken. Denn hier bräuchte man auch 248, um mal ein Die Oxys hochzuziehen. Die Oxys. Gab's als Shiny in der Form, in der anderen nicht. Aber muss man ein Die Oxys? Ein Die Oxys würde ich auch, wenn dann nur ein 100er oder so hochziehen. Ich weiß es nicht. Lass ich hier auch mal weg. Mew. Mew ist auch so eine Sache. Mew habe ich auch. Weil ihr in vergangenen Videos schon gesagt habt. Nimm doch Mew. Nimm Mew für die Superliga. Jetzt habe ich Mew gepusht gehabt. Für die Superliga. Und habe gleichzeitig Mew. Auch noch eine zweite Ladeattacke gegeben. Für 100 Bonbons. Und seitdem habe ich es im Prinzip nie benutzt. Ich habe es ein, zwei Mal benutzt. Ich fand es voll schlecht. Liegt an meiner Spielweise. Aber trotzdem, ich fand das so schlecht. Da würde ich nicht nochmal was draufpacken. Ansonsten, wenn du das hochziehst, kommst du auf 3.164. Okay. Ja, die anderen, die noch da sind. Shiny Celebi. Shirachi. Celebi. Victini. Wie gut sind die? Schlecht. Schlecht. Noch schlechter. Wird immer schlechter. Wir wissen Bescheid. Also, da ist für mich jetzt auch nicht wirklich was dabei zum Hochziehen. Mysteriöse. Auch fehlgeschlagen. Mysteriöse brauchen wir auch nicht. Beziehungsweise mache ich nichts damit. Es ist wirklich ein 84%iges Shirachi oder so Hochziehen. Das widerstrebt sich mir. Man will ja was Sinnvolles machen. Aber irgendwie gibt es nichts Sinnvolles. Mewtwo. Okay. Da steht nicht drittens dabei. Dann überlese ich es einfach mal. Legendäre. 100% Legis. Aber die 100%igen sind ja alle gemaxed. Also brauche ich da auch nichts reinstecken. Mewtwo oder Mew. Regiram. 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 Haben wir ja auch hier. 100% gemaxed. Auf 40. Kommt irgendwann auch wieder. Als Shiny. 131 sind noch als Reserve da. Wenn nochmal ein gutes kommt, hat man bestimmt durch die Raids vom Shiny so viel, dass man da auch keine reinstecken muss. Marcel will raiden. Junge, Junge, Junge. Dreimal. Jetzt reicht es aber. Der wird gleich gelöscht. Nein, mach doch was du willst. Würdest du hier an deiner Stelle doch schon mal bei Dialga lagern? Bestes Pokémon von den Legendären überhaupt. Mein Reich war es aber auch sehr schlecht. Brauche das Shiny Groudon aber nicht. Soll lieber jemand. Fertig. FMs Entwicklung maxen. Juljan Leopold. Wir haben auf dich gehört. Du hast gewonnen. Wir haben die Entwicklung gemaxed. Da im Februar Schein die Mew kommt, solltest du auch deine da reinstecken. Vielleicht bekommst du ja ein gutes Mew. Ja und wenn nicht, dann habe ich sinnlos Bonbons da gelagert. Es geht ja eh wieder, mir kommt es so vor, es springen momentan viel, viel mehr Sonderbonbons ab als vorher. Das heißt, selbst wenn ich ein gutes Shiny Mew bekommen würde, was besser wäre als mein anderes Mew, könnte man das dann immer noch maxen. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch nur ein 100er maxen, aber kein 98er, weil ich das reicht, dass es im Beutel ist und gut aussieht. Mehr muss es nicht. Du könntest bei mehreren Pokémon eine neue Attacke machen und den Pokémons. Ja, aber meistens bei, was kann man, was will man denn für eine neue Attacke? Wenn wir random irgendeinen Pokémon hier raussuchen und sagen dann einfach mal, so, wir nehmen, jetzt sind wir so weit unten, da ist nur Schrott. Sagen wir mal jetzt hier, Relaxo, als Beispiel. Relaxo, pack die auf Relaxo für eine zweite Ladeattacke. Ihr seht, 2300 Bonbons, da brauche ich keine Sonderbonbons. Die zweite Ladeattacke kann ich halt mit den normalen Bonbons machen. Man braucht die Sonderbonbons nicht. Und das habe ich eben bei vielen anderen auch. Außer bei Legendären. Aber bei Legendären brauche ich meistens keine zweite Ladeattacke. Haben wir ja am Anfang schon erklärt, weil würde ich ja eh am Anfang, würde ich ja eh einfach für die Raids nehmen. Und zweite Ladeattacke ist meistens eben nur GBL, ein paar Pokémon maxen, genauso. Die meisten Pokémon maxen kann ich einfach maxen mit den Bonbons, die drauf sind. Brauche ich aber keine Sonderbonbons. Dasselbe würde ich dir vorschlagen. Cekrom, Giratina fliegen, Kyokre. Giratina fliegend können wir uns nochmal kurz angucken. Ach mein Gott. Giratina. Wir haben ein fliegendes Giratina. Aber da habe ich letztens ja schon 333 draufgepackt als Reserve. Und wenn das wieder in die Raids kommt, würde ich davon natürlich auch ganz viele Raids machen, um da einen Hunderter zu bekommen. Also da brauche ich jetzt eigentlich auch nichts lagern. Zum Puschen würde ich dir deine 100% Pokémon empfehlen, die nicht legendär sind für Arenen. Aber die nicht legendären haben ja meistens genügend Bonbons zum Puschen. Wie gesagt, ich würde dir vorschlagen, einfach die ganz große Armee an Legendären zu holen. Als... Verstehe ich nicht. Es geht immer nicht weiter. Es geht weder nach da weiter, noch nach da weiter. Wieso bricht das bei jedem einfach immer mittendrin ab? Ich würde jetzt in Mewtwo stecken oder in normale Pokémon stecken, die man für die GBL zum Beispiel benutzt. Oder halt im schlimmsten Fall wegschmeißen. Genau. Mehr Anzeigen drücken wir mal nicht. Kaumalat. Mewtoff. Dialga. Haben wir schon alles abgeklärt. Milza. Falls du noch eins hast. Gucken wir mal nach Milza. Ach du, da brauche ich... Hat jemand zufällig ein normales Milza für mich? Ich habe leider nur glückliche Milzas. Ich will nicht, dass die glücklich sind. Da sind 20 drauf. Entwicklungsreihe. Sehen wir. Oh toll, das zweite fehlt auch. Da können wir es ja ganz... Da können wir es ja ganz gechillt machen. Damit wir eben das haben und das zweite auch machen. Wir packen mal schnell 5 hier drauf. Das ist jetzt eigentlich wirklich Verschwendung. Komplett. Ich packe jetzt hier nur 5 drauf, dass ich das aus Spaß entwickeln kann. Damit ich alle 3... Also damit ich die Familie voll auf der Hand habe. Dann habe ich die Familie dann als Luckys voll auf der Hand. Obwohl ich ja beim Durchentwickeln sowieso alle Einträge von allen 3 bekommen habe als Lucky. Aber so haben wir wenigstens auch mal wieder einen Schafhax da. War ja wahrscheinlich ganz weg. und Obwohl, hä? 96 Power-Up geht nicht. Da haben wir ja was gefunden. Bruder! Ein 96er Max-Ax könnten wir hochziehen. Jetzt kann ich aber leider nicht sehen, wie viele ich dafür brauche. Ich muss erstmal ein paar umsetzen. So, jetzt können wir hier gucken. Können das mal maxen. Und so schauen, wie viel wir dafür brauchen. 206. Okay, wir gehen also rein und machen, dass wir 206 Sonderbonbons haben. So. 206 sind 150. Jetzt können wir hier drauf. Können auf pushen, bis es nicht mehr geht. Power-Up. Zack! Einfach mal ein 96er Max-Ax gemaxed auf Level 40. 3575. Wo kommt der denn her? Den habe ich die ganze Zeit nicht erblickt. Zum Glück habe ich diesen Aufruf gestartet, sodass wir den jetzt gesehen haben. Und das passt. Mach sie in legendäre FM. Shiny Groudon. Das Shiny Groudon hochpushen, was ich verschenke. Aber wie gesagt, dazu müsste ich keine Sonderbonbons nehmen. Das könnte ich mit normalen. Mewtwo. Andere legendäre Entwicklungen, die du noch nicht hast. Oder 100er Mewtwo im Februar. Ah, jetzt. Jetzt fällt mir das erstmal ein. Entwicklungen, die ich noch nicht habe. Quabbel. Dann haben wir hier eins von Hannes und eins von Julchen. Und das von Julchen werden wir jetzt auch einfach mal mit 50 Bonbons entwickeln. Das heißt, wir gehen auf Items. So, packen hier mal 50 drauf, um uns da den Pokédex-Eintrag noch zu holen. Ist halt leider schade, dass das... Also das eine war ein garantierter Lucky Trade. Mit Julchen. Und Hannes wollte mir ein normales so geben, dass ich das normale eben ohne diesen Hintergrund habe. Ich bräuchte ein normales ohne Hintergrund. Die Entwicklung ohne Hintergrund. Und dann bräuchte ich ein Lucky, was ich durchentwickele, damit ich alles abgeklärt habe. Jetzt habe ich leider zweimal ein Lucky. Und guckt euch das an. Ist das nicht schön? Ja. 13,23. Wir können nochmal bewerten. Hm. Das sieht doch gut aus, oder? Apoqualyb. Nicht ApoRed. Äh, Apo... Äh, Apo... Apo... Apo Blue, in dem Sinne. Haben wir auf jeden Fall einen neuen Pokédex-Eintrag. Ansonsten wüsste ich gerade nicht, was es noch gibt, was ich noch nicht habe. Mewtwo. Mysteriöse. Mew. Mew Celebi. Mewtwo. 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 Mewtwo 100er hochgezogen. und glaube ich sogar noch ein, können wir mal abchecken bei Rayquaza nochmal, wie es bei Rayquaza aussieht Reihe, 1, 2, 3, ja, 3 Stück habe ich hoch, das auch, weil es ein 96er war, also 3 Rayquaza habe ich gemaxed und ihr seht auch, es sind immer noch 600 Bonbons übrig, braucht man also keine Sonderbonbons reinstecken ich würde selber genau die gleichen, wie wir es einmal nutzen Dialga, Seko, Mewtwo, Regira, Meltan haben wir alles abgehakt Shiny, Celebi und Mew Paxi auf Mewtwo du könntest das auch machen, weil du bestimmt ein 100%iges bekommst, Mewtwo Krypto-Legendäre Mewtwo ich würde dich wenn ich dich wenn ich dich wäre, würde ich ein Shundo pushen mal kurz eingeben Schilland und 4 Sterne finde ich Sterne immer nicht ähm wir haben Brutalander als Shiny 100er, ist gemaxed, wir haben ist gemaxed, ja könnte ich jetzt aber noch über Level 40 ziehen, wir haben den Kollegen ist aber auch fertig wir haben den Kollegen der ist aber auch auf 40 wir haben das aber dazu brauche ich ja keine Sonderbonbons um das Snubbull, das 100er Snubbull zu maxen wenn ich das maxen will gebe ich hier auf das das verschlingt halt jetzt nur Sternenstaub ist das sinnvoll das zu maxen es geht ja um die Sonderbonbons ich könnte das jetzt gleich mitmachen und vielleicht noch ein Shiny äh Granbull draus machen macht man lieber einen 100er Shiny Snubbull oder einen 100er Shiny Granbull ich weiß es nicht Carbador genau so ein Spaßvogel aber der kann ja eigentlich so bleiben weil wir haben ja das Gerados schon mit 100 außerdem hat er so viele Bonbons ich könnte höchstens das Shiny einfach um ihm mit meinem Respekt auszusprechen auch sagen komm du bist Shiny du bist cool ich mag dich so ganz doll ich gebe dir Power up einfach auf Level 40 237 dazu damit das nicht mehr so mickrig erscheint einfach mal ein Shiny Carbador mit 100% gepusht das habe ich damals übrigens mit dem Klicker bekommen wären jetzt aber auch die hatten wir jetzt aber bei den Sonderbonbons nichts gebracht ähm FM und Quabbel Quabbel jetzt muss ich wie hoch kommt Quabbel denn wenn man Quabbel maxen will natürlich kann ich jetzt hier nicht drauf drücken dann müsste ich erst noch ein weiteres Bonbon investieren mach mal das mal ich muss ja sowieso irgendwann noch eins äh noch eins entwickeln dass ich den Hintergrund nicht hab wie hoch kommt Quabbel 2317 klingt auf jeden Fall nicht gut lass ich lieber die Finger davon äh Milzer 96er Milzer Best Buddy alles reinstopfen Max buschen ja wir haben das ja auch gemacht mach beim Mewtwo 1000 Bonbons deiner Stelle würde ich alles in Ditto investieren für ein Level 50er Ditto 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 haben aber glaube ich auch einen hier Ditto Best Friend ist aber auch auf Level 40 ist sogar auch ein 100er FM die Yalga Ray Groudon wie gesagt Ray Groudon haben noch genügend Bonbons die Yalga könnte man welche reinpacken aber nicht jetzt nicht jetzt wenn das zurückkommt das das bringt die Bonbons von alleine mit sozusagen legendäre Regiram Armee ich finde Regiram gar nicht mal so krass obwohl er ist Feuerangreifer du könntest dich halt mal der Kampfliga widmen und pumpst dort einen Sonderbonbon eins aber bei der Kampfliga habe ich natürlich das ist viel zu kompliziert da würde ich jetzt eh alles verkacken pack alles in das zu verlosene Shiny brauche ich keine Sonderbonbons dafür legendäre Rayquaza Armee vor allem fällt euch was auf ich habe momentan sechs Sonderbonbons bla 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 ich habe momentan sechs Sonderbonbons bla 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 ich habe momentan sechs Sonderbonbons bla 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 da hat wieder war einer so schlau hat mit 20 verschiedenen Accounts mitgemacht in der Hoffnung dass er gewinnt andere schreiben halt 20 mal den Kommentar wissen nicht dass der nur einmal zählt aber da gibt es die Experten die extra verschiedene Accounts nehmen alle Zday Shinies auf 40 Maxen ist auch das dümmste was ich je gehört habe also ich habe nicht gesagt dass Nick dumm ist aber für mich ist das so komplett unnötig guck mal was ist das letzte Zday Shiny was es gab wir gehen mal hier auf Shinies natürlich nach Fundatum das letzte Zday Shiny war Macholo stellt euch vor ach das ist ein Zday Shiny das pushe ich jetzt einfach auf Level 40 warum ich habe meine Machomai Armee ich habe 600er gepusht ich habe eins auf Level 50 gezogen hin und her ach der ist wohl wieder ich habe 600er gepusht ich habe eins auf 50 gezogen ein Shiny mit schlechten IV einfach auf 40 pushen ist doch vollkommener Blödsinn was hat das hier schlecht sage ich doch wie sieht es aus bei dem davor was war davor dran ich blick gar nicht mehr durch was ist ach das war ich glaube davor war der Super C-Day gut da brauchen wir gar nicht weiter gucken ne aber auch da einfach nur blind irgendwas und vor allem die meisten die einen C-Day hatten von denen habe ich ja auch wieder genügend Bonbons da brauche ich ja auch keine Sonder Bonbons jetzt wieder hier Kampflieger Kampflieger das ist schon wieder Alfred Clown Karl ich habe sechs Sonder Bonbons jetzt ich habe ein Sonder Bonbon aber trotzdem Pumstot Sonder Bonbon Pumstot das ist so auffällig ein Shiny auf Maximum pushen das schwarze oder weiße Kiurim und hoffe auf ein Hunder da und mach da alle Bonbons rein jetzt könnte man bei Kiurim schon ein paar lagern ja aber dann plötzlich zählt das gar nicht dazu dann heißt das ja Kiurim aber die Bonbons können die nicht dafür nehmen müsste wieder für was anderes nehmen guck mal Kiurim ist kaputt aber da sind ja schon 500 drin und wenn kein 100er kommt dann ist auch Quatsch und beim Raiden kriegt ihr ja auch wieder wo stehen hier drittens 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 wir machen mal warte mal wir machen mal nicht das drauf wir machen einfach das drauf und gucken dann würdet deine Bonbons in legendäre Pokémon die 100% EV habe pushen weil die ultra selten sind aber selber nur ein bis das haben wäre geil wenn ich gewinne legendäre Pokémon mit 100 EV habe ich gemacht du sollst sie in Pokédex Einträge stecken da du ja alle Pokémon sonst hast hä dann dürfte ich sie aber nicht da rein stecken weil sonst habe ich ja dann alle Pokémon sonst wenn ich die da rein stecke also lieber nicht sonst habe ich die ja alle bis ein neues 4 Sterne Exemplar dazukommt ja aber selbst wenn ein 4 Sterne legendäres dazukommt bräuchte ich ja maximal 248 um das auf 100 zu pushen also brauche ich ja jetzt nicht 1600 Mewtwo achso Mewtwo ähm Mewtwo die Shinies die du verlost pushen Mewtwo FM Dialga FM haben wir abgeklärt ähm Mewtwo wieder jetzt hier wieder 1 2 3 Hä meine Projekte sind ok alle hunderte legendären eine zweite lade attacke fände ich trotzdem verschwendung irgendwo auch an staub FM haben wir hier auch dabei so legendäre shinies maxen besonders auch ein groudon hammer ja toggekiss hammer wir können aber toggekiss uns auch nochmal angucken toggekiss jetzt müssen wir es wieder nach WP sortieren das toggekiss obwohl viele sagen toggekiss ist Mist habe ich auch zum base buddy gemacht und nehme ich so oft einfach in der Meisterliga und finde das richtig genial deswegen hat das auch äh mehrere Attacken hier wie ihr seht bei den wichtigsten Pokémon in XL umwandeln und die dann auf 50 pushen ja das wichtigste wäre ja dann wohl Mew aber ihr wisst 16 Stück 16 äh 1600 Stück sind 16 XL ist gerade mal ein Push also weiß nicht die du noch nicht Max hast mhm mhm Mewtwo oder Selve jetzt gucken wir mal bei Selve aber ich weiß auf jeden Fall wenn dann würde ich halt auch nur ein 100er nehmen Selve 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 hat hier ein paar WP Selve ist ein auch ein 98er wie hoch kommt Selve aber wir wollen ja Selve nicht pushen nur mal so rein aus Interesse wie hoch das so kommt 2517 ok gehen wir trotzdem nochmal weiter für Mewtwo falls du einen 100er bekommst dann würde ich natürlich zukünftig alle umwandeln in XL Sonderbomboms aber zu einem normalen Mewtwo zu pushen habe ich ja jetzt erstmal wie gesagt diese 333 Stück wir können die 330 vielleicht noch auf 666 machen du solltest du solltest wenn wer der Boost ist wenn wer der Boost ist bei was ach man ich blick auch nicht mehr durch auf Raubi und tausche die Bonbons zu XL das ist auch wieder nicht schlau weil was brauche ich denn ein Level 50er Smetbo ist Quatsch Hondiu Bibor Level 50 Mega Bibor ist vielleicht auch manchmal Quatsch aber ist trotzdem noch nützlicher und sinnvoller was haben wir mit Raupi am Hut hier obwohl ich immer sage dass Raupi mein Lieblings Pokémon ist was geht ab Raupi was ist mit dir los was stimmt mit dir nicht ähm Raupi hat 4000 Bonbons wir können Raupi weil wir es so lieb sind wir maxen mal kurz ein Raupi so auf Level 40 jetzt haben wir hier ein 100er Raupi wir haben ein 100er Safkorn gleich wenn es so weiter geht gemaxt auf Level 40 machen wir das mal obwohl obwohl das ja alles ohne Sonderbonbons geht das ist ja das Problem und jetzt nehmen wir noch Smetbo und packen das auch drauf und machen da auch mal Level 40 draus das ist nur sinnlos Staub ausgeben grad und gibt keine Sonderbonbons aus aber auf Level 50 ne 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 das braucht man nicht die Shinies lassen wir jetzt in Ruhe hier ist der kleine Marius wer ihn kennt Grüße gehen raus an Crazy O ein kleines Problem nur 500 Mewtwo jetzt hat er welche in Mewtwo gepackt ok an deiner Stelle würde ich machen würde ich manche in Mewtwo stecken und welche behalten falls mal neue 5er Raids erscheinen und die krank sind dass man wie bei Regiram am ersten Tag erster Regiram Raid Glückstausch gemacht Hunderter gekriegt und direkt alles da rein und das Hunderter in der ersten Folge gemaxt kommt Mewtwo im Februar zurück so da steht ja gar nichts danke DJ Pingping dass du die 3 extra weggelassen hast ich würde sie für meinen shiny Lucario verwenden Lucario können wir uns auch nochmal angucken Lucario ist aber auch gemaxt auf 26 94 ist aber glaube ich nur ein 98er ok ist ein 98er gebrütet aus einem Ei hat einen Sticker an der Hose warum nicht auf 100er zu maxen oder für ein Video wo du viele legendäre Pokémon buchst du könntest Meftu und andere legendäre maxen oder andere Pokémon oder in schon wieder einfach weg also Mewtwo legendäre Mewtwo Mewtwo du könntest dein Mewtwo auf 50 bringen und dann noch Pokémon maxen mit 1600 Sonderbonbons kriegt ihr niemals ein Mewtwo auf auf Level 50 wie gesagt das sind nur warte mal 100 ist 1 naja dann passt ja trotzdem sind es trotzdem ja nur 16 da wird wieder graded Lucario Mewtwo Crypto Mewtwo ok 100er hochziehen legendäre upgrade legendäre Mewtwo Benjamin bei Benjamin bin ich mal gespannt der Benjamin ist immer sehr ausführlich eine deiner an achso wir lesen mal einfach mal alles dein 93er Arctos ist nicht Level 40 ein Level 40 Arctos hat 3000 noch was WP hab gerade mal 65 Sonderbonbons da hat er gut aufgepasst hab ich angefangen das zu pushen und dann nicht mehr oder was ich weiß es nicht dann machen wir es mal so wir nehmen mal das Arctos damit es nicht heißt dass das nicht gemaxed ist wir maxen das mal kurz ja extra für den Benjamin hat 3000 noch was jetzt haben wir 3033 gleichzeitig wenn wir eh bei Arctos sind können wir ja mal gucken hätten wir überhaupt ein besseres als toll warum hab ich denn das 93er jetzt gemaxed wenn ich sogar ein 96er noch hab aber egal eins ist gemaxed der Unterschied zwischen 93 und 96 ist eh nicht so krass wenn dann würde ich nur noch ein 100er Arctos maxen jetzt haben wir das aber wenigstens fertig und da kann keiner mehr meckern wenn ich viele Sonderbonbons wie du hätte würde ich bei Lechis in eine zweite Ladeattacke investieren C-Krom Stromstoß Wutanfall Regiram Hitzekoller wenn der ich hab ja gesagt ich hab keine Ahnung mit den Attacken aber pass auf der Benjamin weiß ja was er macht wir haben jetzt hier er sagt Stromstoß und Wutanfall gib mir mal hier neue Ladattacke ja gib mal her zack ja gut da waren ja genügend Bombons jetzt drauf also Stromstoß und Wutanfall also Knirscher mach mal weg jetzt geht's auch noch darum jetzt muss ich hier noch Stromstoß Wutanfall haben wir dabei Regiram Hitzekoller und Dragon Meteor Neue Attacke auch 100 Bonbons können wir ja machen haben wir ja drauf ist ja kein Problem ähm Hitzekoller brauche ich noch genau nehmen wir das wieder weg wieder Knirscher überall ist Knirscher dabei Raikou Stromstoß und Spukpall bei Raikou weiß ich gerade gar nicht da will ich ja unbedingt ein Hunderter bevor ich hier jetzt aber was drauf mache warte ich lieber wenn jetzt Raikou zurückkommt und wenn ich dann ein Hunderter kriege dann können wir das natürlich auch so aus 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 wühlen Groudon Erdbeben Feuerschlag Elite TM naja pass auf Groudon wir haben einen Hunderter neue Attacke machen wir halt mal und geben dem auch einen Feuerschlag dabei vor allem Feuersturm brauchen wir aber eine Elite TM nehmen wir mal hier ich gebe dir sowieso nie für irgendwas aus machen wir es halt so so schwupp jetzt haben wir Erdbeben und Feuerschlag beim 100%igen Groudon so sieht es aus 98er Mewtwo Psycho Stoß Spukball je nachdem was der Mewtwo schon da hat auf jeden Fall aber Mewtwo wie gesagt weil ich ja kein 100er habe würde ich jetzt beim Mewtwo natürlich auch warten was beim Mewtwo rauskommt in den Mewtwo Raids wenn dann das 100er kommt mache ich lieber da die Elite TM drauf und pack das alles um als jetzt ein 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 anderes mit Eis strahl gute Eisangreifer Giratina Urform Spukball Drachenpuls aber ist ja kein 100er Raikwaser mit Wutanfall und Aeroass nehmen wir uns mal noch einen Raikwaser zur Brust vom Horst of Death hier machen wir halt doch eine zweite Ladeattacke drauf was weiß ich wollte ich die ganze Zeit nicht machen jetzt mache ich es doch aber egal das ist euer Video ich richte mich dann nach euch und euren Vorschlägen vielleicht findet es der ein oder andere ja trotzdem interessant Items Lade TM was wollte Wutanfall Aeroass also das weg das drauf jetzt haben wir Wutanfall Aeroass bei Zapdos habe ich aber kein 100er das Heechan bitte Flammenwurf als Ladeattacke ok was wäre ich bloß ohne euch Feuersturm mach mal hier Flammenwurf Feuersturm weg Flammenwurf hin zack Feuerwirbel Flammenwurf da geht doch was danke für den ausführlichen Kommentar du könntest für ein legendäres benutzen wie du siehst konnte ich alles machen ohne Sonderbonbons zu investieren dann haben wir hier zukünftige Mega Pokémon auf Level 50 pushen die meisten Mega Pokémon kriegst du aber ganz easy auf Level 50 Musst ja auch bei bei welchem war das denn Rex Blizzar glaube ich auch genau Seemobs Seemobs ganz viele gehabt dann extra hier ausgegeben das Rex Blizzar auf 50 gepusht kann Mega Entwicklung also ihr seht selbst da sind eigentlich keine Sonderbonbons nötig steckt doch ein paar in Garnowil wenn ein gutes kommt kannst du es entwickeln und pushen das ist auch eine gute Idee musste ich ja schon mal Garnowil mir fehlt ich brauche noch mindestens ein Garnowil dass ich erstmal die Familie voll hab wir haben ja das kleine wir haben ja das ravigador wir haben aber schon nochmal 124 reingesteckt dass wenn ich ein anderes Garnowil bekomme sowieso noch ein ravigador machen kann gleichzeitig brauchen wir ja aber auch das zweite also könnte ich nochmal 25 dazugeben wenn ich aber eins brüte kriege ich ja vielleicht eh 25 dazu also können man das auch erstmal auslassen FM entwickeln und pushen haben wir gemacht Terrakium Rayquaza pushen Rayquaza ist fertig Terrakium bin ich wer es genau wissen will momentan auf Hunderter Suche das heißt mit jedem mit dem ich momentan Glücks Trades mache garantierte Lucky Trades sage ich immer gib mir ein Terrakium die ganze Zeit habe ich das mit Heat Traden gemacht bis es dann aus dem Raid kam jetzt mache ich es gerade mit Terrakium Terrakium ist das beste mit Wetterboost was ich hier habe ein 96 ok aber ihr seht 339 Bonbons ich brauche da also kein da brauche ich auch nichts reinstecken an Sonder Bonbons und ich würde erst ein Hunderter wieder pushen 100% FM ein Pokémon mit wenigen Bonbons geben ja aber nur weil eins zwei Bonbons hat packe ich ja nicht gleich 1000 drauf wenn dies nur zwei hat weil es halt weiß ich nicht weil man es nicht braucht solltest mal ein Registil pushen Registil jetzt pass auf Registil habe ich ja gezeigt das beste Registil was ich habe ist das shiny Registil wenn ihr euch die Registils anguckt die ich habe schlecht schlecht noch schlechter also eigentlich wird es ja immer besser aber ihr wisst was ich meine hallo mach halt mal weiter so schlecht 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 ist aber trotzdem ein 96 das habe ich für die Superliga genommen eine Zeit lang könnte ich theoretisch pushen aber wie man sieht kann ich es ja pushen ohne Bonbons rein zu packen weil es bräuchte 241 Bonbons die habe ich ja sowieso auf der Hand auf der anderen Seite ist es kein 100er sodass man es auf max ziehen muss und in der Superliga kann das glaube ich mehr obwohl ich es in der Superliga auch nicht einsetze also ist gut gemeint braucht es halt auch nicht 100er legendäre pushe 100er aber normale 100er wie gesagt gehen ja ohne Sonderbonbons pushen Mewtwo Mewtwo Palkia die Yalga Palkia haben wir doch gar nicht nachgeguckt schreibe halt noch 5L dazu Palkia Palkia habe ich auch einen 96er gemaxed und habe 64 Bonbons übrig aber da ist für mich das gleiche auch wie bei Dialga wenn das zurückkommt in den Raid und dann shiny wird ich würde so viele Raids auch machen dass ich sobald ich einen 100er kriege das sowieso direkt pushen kann da brauche ich jetzt nicht schon mal vorsorgen und wenn dann kriegt man ja eh auch durch die Raids wieder Sonderbonbons trotzdem Palkia Dialga ist immer eine gute Wahl Shiny Pokémon Pokémon mit guten EV 100er Legendäres Wegschmeißen Groudon Irgeben Bonbons in die Dialga Shinies pushen mit 100 EV haben wir uns ja vorhin schon angeguckt ging aber ohne Sonderbonbons Du solltest ein Shiny Maxen vielleicht Kyogre Was war denn das beste Shiny von Kyogre Kyogre das beste Shiny Kyogre ist hier das 91er aber selbst wenn ich das Maxen will wie gesagt brauche ich ja keine Sonderbonbons das würde ja auch so gehen hier 248 kommt auf 4000 noch was würde die Kyogre Armee verstärken aber die Kyogre Armee hat ja jetzt 4 gemax wahrscheinlich wäre es besser dann lieber hier sowas noch zu nehmen mit 15 Angriff 96 oder das vielleicht hat das auch 15 Angriff ja ist dasselbe nochmal würde ich die zwei lieber dazu machen bevor ich ein 98 sogar mit 14 max aber auch dafür es max wir machen das mal kurz wir pushen das mal noch so sie ist ja eine 6er Armee an guten Pokémon jetzt habe ich das hier oben noch mit drin und wir nehmen uns das hier auch noch mit rein aber ich habe immer noch genügend Bonbons so dass selbst wenn ich das hier noch max ich immer noch keine Sonderbonbons brauche jetzt habe ich also meine vier Kyokra am Start Blizzard ja da muss man auch wieder nach den Attacken gucken dass man vielleicht Surfer nimmt Kaskade Surfer Kaskade Surfer Kaskade Surfer ist jetzt erstmal egal hätte ich das bei Groudon auch machen sollen so gucken wir nochmal bei Groudon Groudon so wir haben eins wir haben zwei wir haben drei drei gemäxte drei können man noch machen ist das gut ist das schlecht wir gucken es uns kurz an schlecht 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 noch schlechter noch schlechter ich will 15 Angriff wenigstens haben das heißt wir können schon alle die Wetterboost haben komplett ignorieren suchen uns die ohne Wetterboost zum Beispiel den hier der hat keinen Wetterboost ist ein 98 alles klar wird gemaxed zack einmal maxen bitte brauchen wir aber keine sonderbomben ums dafür haben wir noch einen da den Kollegen der hinter ihm stand 2341 hat er 15 Angriff hat er nehmen wir mit maxen wir auch noch so jetzt habe ich 234 4 oder 5 ich weiß es gerade nicht muss ich nochmal hoch gucken 1 2 3 4 5 also einer geht noch einen können wir noch mitnehmen wenn unten noch einer da ist 96 aber nur 14 Angriff 14 14 15 ein 93 mit 15 ich glaube wir warten erstmal mit der 6 Armee noch falls es nochmal wieder kommt machen wir dann eins aber alles ohne Sonderbonbons weil es sind ja genügend drauf theoretisch so was haben wir hier noch Dialga Rayquaza Palkia Mewtwo Groudon Kyogre du solltest alles in Mewtwo packen ich brauche sie für Mewtwo du machst die alle du solltest alles in Mewtwo packen ich finde du solltest sie auch in Legendäre packen äh Rabigador pushen wie viel hat das Rabigador eigentlich nicht wir kommen immerzu auf dieselben Pokemon drauf das ist ein ist mir trotzdem zu schlecht wie hoch kommt aber ein Rabigador ein Rabigador kommt auf 2900 288 wenn das bessere IV hat vielleicht schafft es auch die 3000 gehe ich mal stark von aus also 100 Arabigador nächstes Ziel Pushe lieblings Pokemon ich habe gar keins mehr habe es in meinen Herd Rahmen gesteckt zack kannst du für einen Anfänger Account Verlosung machen Lucario das verstehe ich auch nicht warum 1000 Stück in Lucario 1000 in Lucario 600 im Mewtwo dann doch eher andersrum und Lucario wie gesagt du kriegst so viele Bomben wenn du mal eins brütest kannst du so machen dann kam noch Furz Gesicht hier das neuer Kommentar alle anderen sind zwei Tage alt du blöd Mann hast nicht genug Rates gemacht ich bin so sauer mein Rayquaza konnte ich mir auch nicht abholen Karma jo ich sehe schon das Video geht eine Stunde und eine Minute wir sind theoretisch immer noch nicht viel weiter von den 1500 habe ich jetzt noch hä wo denn gar keine mehr hab keine mehr deswegen werden ja auch nicht angezeigt sehr schön nein wir haben immer noch 910 übrig passt auf weil alle immerzu für Mewtwo stimmen machen wir es mal so wie ich gesagt wir machen bei Mewtwo einfach aus den 333 machen wir 666 irgendwann müssen wir eh dahin dass wir Mewtwo auf Level 50 ziehen falls wir einen 100er bekommen wenn nicht müssen wir so lange weiter raiden bis wir einen 100er bekommen wir packen hier 660 drauf 666 meine ich dann haben wir wenigstens erstmal wieder Platz 666 Mewtwo Bonbons wunderbar haben wir hier Psychoklinge Psychokinese zwei richtig schlechte Attacken Egal erstmal gucken was im Februar rauskommt ansonsten hier habe ich das aber glaube ich gemacht oder auch nicht Psychoklinge Eisstrahl ich verstehe gar nichts mehr wo ist das ich glaube achso ich glaube das habe ich nachdem hochgezogen hier habe ich nämlich eins hier habe ich eine zweite Latatacke drauf aber auch nicht mit Elite Themen oder irgendwas also ihr seht da sind auf jeden Fall noch ein paar Baustellen vorhanden jetzt kann ich mal kurz schauen ob hier noch ein Raid in der Nähe ist dass ich vielleicht rausgehe und ein Raid mache 15 Uhr 12 geht gleich direkt auf wird knapp wenn ich den ankündige kann wahrscheinlich eh keiner mitmachen egal so dann war es das jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus ich hoffe wer Zeit hatte hat sich ein bisschen das angeschaut hat ein bisschen mitgeguckt hat mitgefiebert oder vielleicht habt ihr noch ganz neue Ideen oder habt auch für euch was gesehen ich habe versucht wirklich auf eure Vorschläge einzugehen oder wenn was nichts ist das begründen warum das nichts ist für mich ihr könnt ja machen mit euren Bonbons was ihr wollt jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Platz ich bedanke mich danke an jeden der einen Kommentar geschrieben hat danke an jeden dass ich jetzt wieder Platz habe und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in den Streams und in den anderen Videos und ich würde sagen ein schönes Wochenende noch Peace out Vorhaut euer Ramses